Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 68 München U23, Regionalliga Bayern 2012-2013. Sechste Spieltag, 1860 München U23 gegen Kreuterfurt U23, Entgibnis 1 zu 1. Startelf von 68 München U23. Escher, Wolf, Bröler, Reich, Steinacht, Kieler, Wanninwakesh, Wucht, Kraker, Seelers, Yazis. Startelf von Kreuterfurt U23. Mühltener, Paul, Stiesilfasi, Buchenhauser, Brauer, Römel, Adamo, Beck, Bischler, Weisenberg, Aka, U, Aka, U, Lugend, Merch, Mach, Müller. Das war's von 1860 München U23 gegen Kreuterfurt U23. 23 Uhr 9. 25 Uhr 9. Vielen Dank.